Hm, was ist doch Bullshit ist das? Wir haben nur den einen Punkt. Hinweise? Mehr haben wir nicht. Wir können das Ding ja nicht zumachen. Wir sind alles durchgegangen. Origami-Figur. Orchidee auch. Orchideen werden in der ganzen Stadt verkauft, haben wir ja schon geklärt. Es gibt auch welche in seiner Nähe. Beziehungsweise, was heißt in seiner Nähe? In der Nähe der Tankstelle? Okay, leist ein Kopp auf gar keinen Fall. Machen wir doch noch eine Geoanalyse. Quatsch. Oh, Kopp. Es gibt nur einen Kopp im Bereich des Geoprofils. Holy shit, ich hab'n Volltreffer gelandet. Ihm gehört ein Lagerhaus in den Docks. Wenn ich mich irre, ist Sean Mars tot. Das ist ein Volltreffer. Gut, dass ich darauf die Geoanalyse gemacht hab. Alle Cops in dem Bereich ist er durchgegangen. Puh. Glück gehabt. Ist das sicher der richtige Wagen? An den Docks. Wir brauchen das SWAT-Hilm. Oh, oh. Und einen Helikopter. Heute? Ja, natürlich heute. Heute Schwachkopf. Na geil. Jetzt weiß der auch davon Bescheid. Also, wir gehen alle zu den Docks. Alle. Das ist auch genau in dem Bereich, wo ich Ethan hingeschickt hab. Ich will bei dir bleiben. Ich will nicht weg. Lauren, es sind nur ein paar Tage. Bis hier alles geklärt ist. Ich soll warten, während du den Killer meines Sohns stellst? Es muss sein, Lauren. Glaub mir. Du bleibst bei deiner Mutter und ich hol dich, wenn die Sache hier gelaufen ist. Sag mir, wer der Origami-Killer ist. Wer hat meinen Sohn getötet? Hör zu. Nicht mehr lang und ich werde dir alles, was ich weiß, erzählen. Versprochen. Oh. Soweit sind die beiden schon. Die beiden schon. Halt euch, John. Ich hol Hilfe. Halt euch. Los, beeil dich. Ich glaube, das Wasser steigt. Ich mach schnell. Bin gleich wieder da. Warum ist der so ruhig? Warum macht er nicht... Ah, ich sterbe. Okay, wo soll ich denn großartig Hilfe holen? Wir wissen ja schon, dass der ertrunken ist, also... Retten können wir ihn nicht wirklich. Aber gehen wir auf die verzweifelte Suche. Gucken, was der Origami-Killer durchgemacht hat. Ich kann nur zurückkehren zu seinem komischen Typen-Vater-Dingens. Das ist die einzige Hilfe, die wir gerade bekommen. Der sitzt da sogar, der Penner, und hat nicht geholfen. Oh mein Gott. Deshalb will wahrscheinlich der Origami-Killer testen. Ob die Väter was machen? weniger zu stopfen, oder? Hau ab! Bitte, Dad, komm! Ich bitte dich! John, stirb! John, stirb, Dad! Was hab ich gesagt? Hau ab! Bitte! Bitte, bitte, Dad! Du musst John retten! Ich hab's versucht, wirklich! Er will nicht! Bitte stirb nicht, John! Du darfst nicht sterben, John! Bitte! Bitte, bitte, vergiss mich, Scotty! Ha, Scotty! Ha, ha! Alles klar! Ich wusste es von Anfang an! Von Anfang an! So viel hat im ganzen Spiel auf den hingewiesen, die Schreibmaschine, der Oldtimer! Alter! Das war kein Zufall! Ich wusste es einfach! Fuck, ey! Der Typ hatte auch eine richtig korpulente Figur, wo er den Normen nach verprügelt hat. Aber er ist tot! Ich hab's mir gedacht! Ich hab's von Anfang an gewusst! Oh, verbrennt alles! Ja, der Schuhkarton mit dem Origami-Ding drin! Der verbrennt gerade alle Hinweise! Lauren sitzt da ja immer noch! Das Telefon, das war auch so eine Sache! Und der Schuhkarton! Der Schuhkarton! Wenn er die Figur noch hat, dann kann er... Kann er Ethan den schlecht gesendet haben? Wer soll denn den ansonsten gesendet haben? Aber genau die Figur hat er auch bekommen! Jetzt bin ich verwirrt! Okay, das beweist es quasi! Das ist das Buch, was er von Paco genommen hat, als er ihn abgeknallt hat! Er ist deckt! Origami-Killer! What the fuck? Er hat ihn gekillt? Und er hat auch die Cops gerufen! Absoluter Wahnsinn! Ich war von Anfang an davon überzeugt und ich hatte recht! Ich bin gerade richtig... Ich weiß nicht, ein bisschen platt irgendwie! Der hat ihn noch nicht etwa gekillt! Hoffentlich war die am Schlafen! Krasse Sache! Ab zu Madison! Die ist auch schon ziemlich schlauer! Der Streber! Scotch Shelby! Oh, damit kennst du sie ja so aus. Mal rein da. Du hast es nicht verlernt. Als Journalistin sollte man sowas ja können, oder? Er hat alles mögliche verbrannt, als wir da gerade saßen. Aber da liegt noch eine Akte. Vielleicht in den Schubladen. Das ist ein Inhalator. Super. Daran sollten wir bestimmt nicht lutschen. Hier, der Mülleimer. Na, was denkst du denn? Gar nicht mal so dumm. Der hat einen geheimen Raum hier drin. Wie kann das denn sein? Das ist ein kleines Apartment. Oh, der züchtet dahinter Orchideen. Wow. Da ist die Schreibmaschine. Gut. Das mit der Schreibmaschine, der hat jetzt noch vorne eine stehen. Aber das ist die Schreibmaschine, mit der er wirklich alles geschrieben hat. Er ist der Origami-Killer. Wahnsinn. Ich war von Anfang an davon überzeugt. Von Anfang an. Die Schreibmaschine. Die Boxen. Aber der hat die Box ja nicht abgeschickt. Das ist es ja. Der hat ja die Box noch gehabt. Bis zum Schluss. Ja, diesen Brief hat Ethan bekommen. Sean Mars. Der Geisteskranke sieht ihm beim Ertrinken zu. Eine Art Schacht füllt sich mit Regenwasser. Er stirbt langsam durch den Regen. Shit. Ich brauche das Passwort. Doch, was soll das Passwort sein? Sean. Regen. Orchidee. John. Falsches Passwort. Regen. Shepard. Was ist mit Shepard? Nö. Hm, Max. Jetzt habe ich Regen genommen. Oh. Wie viel mal kann ich es denn falsch eingeben? Nehmen wir Max. Volltreffer. So hat John als Kind die Papierhunde genannt. Was in aller Welt ist das denn? Eine Adresse. Da muss Sean Mars sein. Schnell. Keine Zeit. Road. Fuck. Wir sind voll richtig. Oh, da habe ich Ethan gut hingeschickt. Ha ha ha. Ich habe voll geraten. Voll geraten. Sean könnte überleben. Das könnte alles noch ein Happy Ending nehmen. Los geht's. Wir warten nicht länger. Ach du Scheiße. Sie haben also mein Geheimnis entdeckt. Das war es, Scott. All diese Kinder mussten sterben, nur damit ein Vater seinen Sohn retten kann. Knauze! Sie verstehen das nicht? Ein Kind ist noch übrig. Es bleibt noch Zeit, es zu retten. Tun Sie es, Scott. Tun Sie, was Ihr Vater nicht konnte. Los, Ränder. Ja, klasse. Wie zum Teufel sollen wir hier rauskommen? Irgendwas muss hohl sein. Ja, klasse. Wie zum Teufel. 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 Wie zum Teufel.